2 Prozent und Prozent wenn ich ja wenn ich jetzt wissen würde er auch da ist ganz klein ist er ganz klein ich bräuchte wieder mal ein Energiebuch wären natürlich nicht schlecht und jetzt kommen wir hier rein nein, jetzt ist es Dinger noch leer Energiebogen nämlich haben wir noch 211 naja davon haben wir noch einen erschossen was willst du denn jetzt schon wieder vor mir äh, hat gerade die Tür aufgemacht ich komme hier nicht weg komm rein, mein Freund bringt Geld herein oder Waffen oder beides aber nur Grundkonten haben die glaube ich nicht dabei schade eigentlich äh, ich nehme mal Tester und Tester das Ding hat 7 Kilo, das kann ich nicht gebrauchen tut mir leid was mit die Elektroschockstab das da und das da äh, Energiemodul und Biogel ja, 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 immer mit der Ruhe ich bin nicht auf der Flucht naja, fast äh, ein großer Kristall Epoxidharz und die Energie was war mit den Bühnen äh, kann ich nicht gebrauchen äh, da ist noch eine Tür würdest du vielleicht mal nachladen ja, mein Butzerle mein Butzerle, mein Kleine ja, doch, ja ach, guck da ist sie gut, verschwinden wir von hier äh, vielen Dank für die tolle Hilfe Sally gehen wir zurück zum Triebwerk okay, hier ist gleich ein Teleporter schnell aber ich muss vorher noch was machen sonst wäre ich ja nicht hierher gekommen und zwar hier ist es da ist es da ist es auch Stimbacks ein Stimback wenn ich das oh, schmutziges was Stimback nämlich mit Rutterway und das Blutpaket nämlich mit oh hier haben wir noch jede Menge Erste Hilfe Kästen sind hier drin aufbereitetes Wasser ich weiß ich bin mal wieder überlastet und kann nicht weiter latschen war ja klar war da nicht irgendwo noch einer gelegen? nö doch nicht gut die Talonkampfrüstung kann ich noch reparieren nein, kann ich nicht die äh schade die dem Sessner die Robe die Schildblattbrille eine Schildblattbrille mit was? ach so Raumanzug wenn wir mal Waffen gucken äh das ist unser Elektroschockstab ich müsste mal ein bisschen was wegwerfen äh ne doch nicht äh hier 203 Kilo Kronkorkenmine Gewicht halbes Kilo das Ding hier naja die Minigarn ach weißt du was schmeißt die Minigarn weg ich weiß ich weiß aber ich kann es nicht mehr brauchen was ist das da unten? ach da guck mal her da ist ein Tele Potter Drittwerksraum wo ist mein japanischer Samurai? wo ist er? wo habe ich ihn gesehen? wo bist du mein Freund? wo bist du? ich habe ich geschenkt für dich dabei äh hast du den Japaner gesehen? ach man ey warum haut denn eigentlich der 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 Soldat da und ab? den haben wir schon hier wo ist jetzt der Japaner hinkomme es ist zum Mäusemelken heut na wo ist der Japaner? Epoxidat ja und noch eine Kiste mit allen möglichen Sachen Elektroschockstab das Energiemodul die zwei Kristalle den kleinen und das hier mhm das ist so schlapp aktiviere schalter brauche ich nicht geht nicht ach das war für das Energiefeld hier wo ist der Japaner hinkomme ich kriege noch eine Krise jetzt habe ich sein scheiß Schwert gefunden und er ist nicht da ey ja ja du mich auch ja soll ich mit dir reden Vogel ich will ja nicht eigentlich er fliegt warum eigentlich was sind das auch nicht für eine Pfeife Soldat hat den Waffe und fliegt oh das ist der der Cowboy ach das sind die Vögel ich hab schon gedacht du kannst dir es dann auf die Schultern klopfen wenn du nicht nur einen sondern alle Generatoren in die Luft gejagt hast was willst du Vogel von mir erzähl mir wie die Aliens dich entführt haben was weißt du über den Toshiro Kako auf jeden Fall ist er ein Ausländer von dem was er sagt verstehe ich kein einziges Wort ich kann ein bisschen japanisch aber nur ein kleines bisschen kannst du mir mehr darüber erzählen wo du herkommst nee tu was du tun musst okay äh da hinten ist er mein Freund äh ja genau ich habe dieses Schwert hier gefunden ist das deins ich weiß du verstehst mich nicht aber vielleicht willst du das Schwert haben das ist mein für meinen würdigsten Dank es tut mir leid aber ich muss mich nun vorbereiten was mir bevorsteht oh eine Mine nee brauch ich nicht kann ich dem mit dem kann ich glaube nicht sprechen sag mal was bist du eigentlich für ein Vogel hast du Schiss vor zwei Aliens oder was ey ich bin kleines Mädchen und komme damit klar oh Schrotfindmunition und natürlich 308er Kaliber 13 Schuss mein Freund was für oh wo krieg es Kohle was für ein Waschlappen das nennt sich Soldat Sanitäter ist er ja eigentlich aber naja red mir lieber net drüber das wird mir vielleicht noch schlecht wo kommen wir denn hier Frachtraum will ich aber net wo gehen wir Frachtraum will ich eigentlich net wir wollten eigentlich Hangar will ich auch net Maschinenraum und nee warte mal nicht Maschinenraum sondern Roboter Kontrollzentrum es müsste eigentlich hier sein wenn ich mich nicht irre Roboter Montage Bereich eigentlich ja Triebwerkskammer was Triebwerkskammer die Triebwerkskammer oh holla haben wir irgendwas zum schalten zum drücken warum warte mal wer hat denn ne hat er nicht altmetall altmetall das freut mich ging's denn hier ging's hier überhaupt Hallo mein Freund ich bräuchte mal ein bisschen Energie ich bin sowas von selbigen ah endlich was gibt's denn hier Feines ach es ist wie Weihnachten äh Tintenfisch ich liebe Tintenfisch was hat er die Drohnenkanone die kannst du behalten die wie ich glaube ich 18 Kilo oder so ja Wert 999 ja leider kann ich es nicht mitnehmen Energiemodule 5 Stück oh Tür Tür an Tür mit LX kein Zugang also gut was haben wir hier ähm lassen sie die Finger davon machen sie die Steuerung scharf damit sie bei Annäherung explodiert überlassen sie den Geschützt Turmschaltkreis aus der Ferne achso da ist ein Glas dazwischen sagt das ja sagt mir das doch äh das wird von einer anderen Stelle aus irgendwie aktiviert aber wo sagt dann keiner die Drohnenkanone mit 18 Kilo soll ich die mitnehmen davon überhaupt kein Punkt könntest du gleich mal an Rand halten damit ich so suchen kann danke hier ist er schon glaube ich wo kommen wir denn hier hin ist ausgeschaltet äh ne auch nicht ist gut die Dürsaufgabe so sieht es aus mein Freund genauso nicht anders das auch nichts äh Energiemodule ein bisschen Altmetall äh den Vogel haben wir schon stimmt genau und jetzt kommen wir hier lang ey hier ist irgendwo ein Geschütz Mistverdammter wo war hier in Buchen äh ne hier ist keiner ich glaub da vorne da vorne ist er ich möcht meine Stimplex nicht verbrauchen ey komm mir nicht zu nahe weil sonst werde ich dir Loch im Pelz brennen hab ich eigentlich die Funzel an ja mal